hallo leute ja wo sind wir jetzt wir sind am schwäbischen meer genauer gesagt am überlingersee ja immer noch unterwegs ich glaube elfte woche ja ohne großes gepäck unterwegs weiter vorne steht unser Auto ja ich wollte mich nochmal kurz melden das mit den Videos sollte nicht ganz so hin weder kein Netz oder kein Datenvolumen mehr oder wie auch immer ja schneiden habe ich eh keine Lust unterwegs ganz ehrlich gesagt ja und so jetzt erstmal wieder ein Behelfsvideo ich habe so viele Filmmaterial also ich könnte bestimmt ja noch 5 Stunden schicken aber das muss eben alles bearbeitet werden glaube ich zur Zeit ehrlich gesagt ist nicht die richtige Muße ja nochmal kurzes Update wie sah ich mich so aussieht ja wie gesagt 11 Wochen unterwegs drei Tage drei Tage in einem Haus verbracht ansonsten neben Auto und Tarp oder Zelt ich glaube mittlerweile hat man ja das neue oder unser Autor Gustav als neues zu Hause akzeptiert ja ich war jetzt ja öfters mal meine Schwester besuchen meine ehemalige Wohnung aber Maja will einfach weiter gut das sollte es erstmal gewesen sein wir sind weiter unterwegs erstmal noch im Süden bis Monatsende mindestens ja ja schon schön hier richtig warm heute aber erstaunlich wie hier los ist denn jetzt die Stamme Urlaubszeit ich glaube in zwei Wochen ne macht es überhaupt keinen Spaß mehr hier auf jeden Fall nicht mehr ok liebe Grüße bleibt gesund ja an die Leute an meine YouTube Kollegen ich kann momentan natürlich nicht so an eurem Tun teilhaben wie ich das gerne würde deshalb auch keine Kommentare oder so ja aber ist eben so alles Gute euch ein bisschen Schatten grüße von der Maja Maja hallo Maja ok sie reagiert wenigstens ja wir wollen noch ein bisschen vor zur Marienschlucht und dann irgendwann zurück zum Auto so den Bootmann ja und dann heißt es wie immer ein Schlafkleid suchen eingekauft haben wir soweit sorry ja das war es jetzt mal wieder ja ich hänge noch ein paar Bilder dran wo ich mich zuletzt so aufgehalten habe wie gesagt ich habe gefilmt aber wann die Videos erscheinen ja ich mag da kein Tallye die ich dann doch nicht einhalten können ok alles Gute alles Gute euch bleibt geschmarrn und die Maja ja am und die 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 Alte Plätze aufsuchen, versteckte Plätze, Sonne, Wolken, alles dabei. Jeden Tag ein anderes Badezimmer, einen anderen Platz, mal mit, mal ohne Feuer. Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Grüße, bleibt gesund und geschmeidig.